Hier komm. Breaking Ice. Könnt jumpen. Ich mach Pro. Leute, dann macht einfach save. Die sind nicht schlecht, ne? Die sind Rang 65. Die haben 1300 ELO. Die haben auch Jackenspec drin. Ja gut, anstrengend. Achso, du musst hacken machen dann, ne? Ey, Jonah willst du Last machen oder nicht? Ja, mach du mal. Okay, dann mach du Dritter, ja? Ja, machen Pickablöse und bochen gerade. Mach du Dritter. Achso, okay. Ich kann nicht so gut anstrengen. Ich kann nicht so gut anstrengen. Ne, 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 nicht auf unserer Seite. Ja, dann nimm auch Blöcke, ja, Jonah? Ja. Kannst du nicht rausfuschen, das ist eigentlich egal. Na egal. Wie viel nimmst du denn immer? 16. Ja, kann ich eigentlich auch sagen. Weiß nicht, ich hätte halt 20 nehmen können und du nimmst nur Stick oder so. Obwohl... Ich glaub der letzte hat von denen auch nen Stick gekauft. Oh Gott, der eine ist fast gefehlt. Ja komm, die können jetzt auch mal fällen. Ja, die bauen aber scheiße, die haben uns mit der Picke voll verkackt gerade. Geh kannst rüber, oder? Ja, geh mal rüber. Ja. Ja, ja, schön weiter bei uns. Nicht aufhören. Ja, der ist gefällt. Ja, der ist gefällt. Oh Gott. Warte, warte, warte. Ich stomp mich dann mal gestert. Jojo, stomp. Stomp den hinten drauf und schlag den ab. Ah, ne, ne. Du hättest ihn von hinten schlagen müssen. Du hättest ihn von hinten schlagen müssen. Ja, ja, ich weiß nicht. Du hättest ihn von hinten schlagen müssen. Ja, ja, ich weiß nicht. Du hast nen Stick, oder? Sonst, Jonas spring rüber. Wenn du kannst. Also ich hol den Typen, der danach kommt. Ja, der kann nicht rüber springen, der wird voll geht. Oh mein Gott, natürlich. Keine Hits. Ja, so. Hat der da in dem Loch ne Pickel? Ne, den brauchst du hinbekloppt. Ich brauch mehr Bronzen. Ne, ich hab mehr Bronzen. Ja, ne, ich bin da. Moritz, bist du oben? Ja. Ja, okay. Alles fit? Geh nicht zu weit runter, Alter. Wir müssen einfach safe oben haben. Oh mein Gott, Alter. Jonas, ein Schwert. Jonas, ein Schwert. Achtung. Junge, der spielt sehr gut, Alter. Ja. Okay, ich habe auch ziemlich dumm gespielt. Aber jetzt ist er da. Komm, trifft ihn. Komm, bisschen später hoch als normal. Also, als Bogen ist schon auf den Köln. Junge, ich bin down. Fuck. Mann, das war ich blöd von mir, Mann. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, die Rot ist halt oben. Ja, das wird intens werden, vor allem, weil Jonas nicht auf die Rot. Lauf hoch, lauf hoch, Jonas nicht schießen. Nice, Rot down. Sehr gut, Jonas. Ja, der Bogen kann mich grad irgendwie voll besser machen. Soll, der ist tot hier, oder? Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich regeneriere noch. Ja, gleich auf den Bogen, wenn er... Bogen, zwei Hits. Oh, noch mal einen Hit, noch einen Hit. Äh, drei Hits gegeben. Ja, der Fisch ist low, der hat auch Bogen schon so drin. Es ist weitgehend safe gebaut. Habe ich ihn down? Ah, der Bogen real 3 MS. Habe ich ihn down? Weiß es nicht. Hier ist keiner mehr außer Nonico. Ey, Specs ist doch noch einer außer der. Ähm, da ist jetzt noch einer drin. Ja, das ist der Bogen gewesen. Warte, ich habe einen Schaft dabei. Ich war... Du ziehst ihn unten schon. Ab ihn. Bommel, beziehungsweise 150. Da ist noch einer auf dem Mondstick, ne? Ich habe ja nicht da. Ja, da ist auch noch einer auf dem Mondstick. Er ist fast tot. Ja, gut. Ich warte jetzt einfach hier und... Warte, lass mich die wegspam. Warte, lass mich die wegspam. Jojo. Warte, wenn ich die treffen würde. Geh weiter hoch, Moritz. Oh, nice. Der kriegt so richtig verzückte Snob weg. Ja, der laggt ein bisschen. Oh, loi. Okay, shit, egal. Ich komme jetzt mit... Soll ich spammen jetzt, oder? Oh, weil du kannst mit dem Spatter eigentlich instant holen, ne? Wenn du links oder rechts anspringst, je nachdem, wo Leute stehen. Du hast eine Seite safe, danke. Danke, Jona. Hast du noch Blöcke zufällig? Ähm, ich... Ah ja, warte. Okay, richtig. Danke. Mir macht ab und zu Spam auch Spaß. Wie lange dauert das? Ich bin... Shit. Wir haben das erst zu Hause gequantet. Ja? Was? Wie der eine kriegt echt... Komm, du hast es, komm, du hast es. Nee, nee. Nee, nee, kannst du's holen. Habt ihr einen getötet? Nein, nein, nein. Ah, die hatten alle Schwerter da drin. Ja. Einer von uns hätte in die andere Seite springen müssen. Ja, ich dachte, du bist rechts gesprungen. Unten? Ja, nice. Noi. Da wär's schon, dass wir uns blicken gehen. Ähm... Nee, aber wir gehen gleich zu zweit hin, Moritz. Wir pushen aber krass unten. Unten ins Sinti. Ja, du. Was sollen wir machen, Moritz? Nach zweit und die Schafen jetzt. Ja. Ich würd' sagen, ich geh da einfach unten alleine hin und die zwei macht immer Schafen. Einer wird's, kann gleich einer Enerches bitte mitbringen. Ja, genau. Mach ich. Warte mal, ich gebe noch Blöcke. Einer von denen ist jetzt AFK. Doch nis. Man braucht das so lange zum Schreiben, Alter. Der nächste kommt rum. Ist ja dumm. Ein richtiger Nicht-Vamous, auf jeden Fall. Danke. Junge, was macht der da unten? Der Tänze zu behindert. Ähm, welche Höhe ist das Dach? Was der da zieht? Was? 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 Das Dach, was der da zieht. Welche Höhe? So. Ähm, mhm. Das Dach, äh, ganz so vorne ist... 103. Ich hab grad voll die Schalte von S und 2, ne? Ähm. Okay. Ich weiß nur nicht, warum das liegt. Ich hab grad nur 50 FPS. Als sicher das ist 104, oder? Ach, Junge. War das nicht 100? Das war nicht 103. Ne, das war 100, oder? Das war 100, ja. Das war 100, ja. Das war 100, ja. Das war 100, ja. Da wurde drauf gesprungen. Ja, steht nicht. Ich bin auch gelaufen. Ich muss nur mal halt. Das hätte eigentlich gehen müssen. Wollt ihr euch Base machen? Ja, ich bin da. Die kamen zu zweit zu mir. Base spiefen unten, ne? Oh, Moritz, oder Jona, lass jetzt unten spiefen gehen. Ich mach mal 4 Schafe. Wollen wir schon Schafe machen? Moritz, ich mach jetzt. Moritz jetzt. Oh, du bist dann auch. Oh, jetzt sind alle noch im Geraden. Ich bin schon gewundert. Nein, Scheiße. Du kannst jetzt Schafe machen. Ich werd weiter unten einfach hingehen und die bisschen ablenken, dass die da nicht wirklich bauen können. Du kannst ja dann auch über unten, du kannst ja jetzt One-Stack runtergehen, ne? Über One-Stack kommen gleich. Die bauen unten aber wieder, also wir müssen direkt wieder zu zweit hin. Moritz? Ja. Okay. Und Jona, du machst einfach immer wieder... Timer einfach die ganze Zeit Schafe. Ja! Hast du's gesehen, Digga? Oh, ich soll vielleicht noch ne Picke mitnehmen. Ich nehm. Können wir mal ne Eisen-Picke. So wie der angesetzt hat, war das ihm vorher nicht leveled. Keine Ahnung. Lass mal in so 3 Minuten, also bei 14 und bei 15, wieder auf Test-Loot gehen. Ihr könnt schon wieder EP werfen, ne? Nein, oder? Doch. Ja, ja. Ja, wir hatten doch richtig viel Gesplief gerade. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt 5 Minuten abzieht, weil wir haben quasi 5 Minuten gelootet, haben die... Ja, ja. Warte mal. Ja, genau. Ja, ich mein aber von den Blöcken, wo die sind, die sind grad bei 10. Die sind grad bei 10. Du musst noch 10 Blöcke bauen. Ja, bei 4 kannst du glaub ich schon werfen. Wenn du perfekt hilfst. Werden halt jetzt noch nicht werfen, nur weil's halt nicht safe gebaut ist. Ja, guck mal, wie wir das brauchen. Ja, das machen sie jetzt grad zum Beispiel. Der geht irgendwie grad 1-Stick runter, weil... Ja, ich bin das. Weil falls Bett öffnet, ist halt damit ihr... Ja, okay, dann warte ich noch ein bisschen mit Zwischenleiten. Die machen die Chests wieder auf, der Typ kauft gerade. Warte. Warte. Ja, Leute, lass Chests looten einfach. Die können... Ja, die können, obwohl... Die hätten dann auch ne Steinhacke. Ja, man hat sich jetzt für die Coe gekauft. Sollen wir den killen, Moritz? Ja, bitte. Ne, ist unsafe. Das ist dieser Aux, der... Ja, stimmt. Warte, wir spielen einfach... Komm, wir können das Bett holen jetzt. Safe. Warte, Achtung, wir kommen leider. Wenn wir nicht gesleafed werden. Da kommt einer vom Anzug gleich. Ah, ja, safe was. Der kauft richtig... Der kauft... Der kauft... Warte, ich... Der LP unten jetzt. Der läuft durch. EP unten, EP unten. Ja, EP unten. Ich hab mich unten gebrach. Ja, der hat EP, Achtung. Ja, der hat EP, Achtung. Ja, der hat... Ja, schön. Er hat hier in die... Er hat hier geworfen in die Base. Er hat nicht überlebt. So, wird sauwichtig. Warte mal. Wie weit der Form, Moritz? Aber... Stark gecold. Ah, shit. Nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Stark gecold. Jawohl, nicht da. Ja, ich clef unten wieder. Aber der hat teleportiert sich da total. Ja, der leckt halt mal. Da kommt ein Full-Kripper, Full-Kripper. Der ist stark. Der hat nen Boge drin. Ja, er schlägt mich durchs Loch durch. Alles klar. Ja. Egal, wir haben jetzt wieder 5 Minuten Zeit. Hier ist ein Kaupab-Verein drin. Das ist ein Zweig. Der hat echt richtig knapp so nen Lennen können. Ja, ne. War schon ganz gut eigentlich. Ja, lass wieder zu zweit oder zu dritt. Lass mal scharfen. Ja, lass mal scharfen. Ich hatte grad scharfen, aber die waren rasch scheiße. Eins ist komisch gelaufen. Einer wird drunten. Und die anderen haben sie ausgekontakt. Ich probier mal hinten rauszugehen und einfach alles... Ja, wir dürfen... Ja? Weil wir dürfen halt nicht zu dritt uns auf das Spreven fokussieren, weil sonst... Dann geht's zum zweiten Spreven. Weil sonst... Ja, genau. Also Jona und ich Spreven einfach immer. Und Moritz, du machst einfach immer scharfe, dass die halt auch nicht TNT-Schutz bauen können. Und dann ballern wir die irgendwann mit TNT weg. Ich hab halt nur 804... Ich hab halt noch so... 148 Uses auf nem Boge. Wie viel noch? 148. Na dann, du spammst doch die ganze Zeit. Alter Junge, was bauen die unten für eine Autobahn? Nein, das ist genau... Jona, bist du noch Lampi-Supporter? Ja. Ich hab nur den Tag aus. Ich hab den auch ausgeschaltet, Jona, weil die die ganze Zeit rumstressen sonst. Sondern denken sie sich so krass. Ja, keine Ahnung, ich bin doch inzwischen zu fett. Unten ist einer drin. Wo bist du, Moritz? Na ja, wie viel... Wird er sich CP hin, Mann? Das fuck, der war bald. Ja, jetzt hättest du das Bett holen können, Jona. Block er mich nicht hier vorne. Block er mich hier vorne. Ne, geht nicht. Geht nicht. Du bist da irgendwo drin, dann. Hier, was runtergehen, oder? Ähm... Da kannst du nicht zu dritten, also... Schießt ihm aus der Sicht zu uns, Zack. Ja, also... Binnen kommt einer. Ja, gut, das runter. Macht jetzt gar keinen Spaß mehr, jedes Mal, wenn man ihn irgendwie runtersteckt. Da kommt einer. Achtung, da wurde Kuh hinter euch. Woll? Achtung, jetzt. Ja, den kriegst du nicht mehr. Woll. Ja, fuck. Der hat gar keinen noch Bild bekommen, als ich ihn geschlagen hab. Boah, wie weit, wie viel noch bekommen die denn halt? Vom Bogen kriegen sie dann gucken, dass sie ganz schön viel. Ist so. Wenn ich den Schlag der kriege, der hat gar keins grad bekommen. Ich glaub auch, dass der irgendeinen Trick gefunden hat, oder irgendwas anhat, damit er die in CS-Date setzt wird. Ja. Ich kann nicht... Direkt so, also... Re-Aim. Und wieder, fully Re-Aim. Ja, so ist das halt schwer zu lernen. Jetzt wissen wir ordentlich um uns blieben. Sonst lass einfach... Ja, die sind schon bei... Bei Null sind die jetzt. Ja, das stimmt. Okay, das gefällt. Welche Höhe ist denn das da unten? Ich hab keine Picke da oben. Ey, sonst mach einfach TNT. Mach doch einfach TNT einmal. Mach doch einfach TNT einmal. Ja. Guck mal deren Base an. Die können... Wenn wir das schnell machen, wenn wir das nicht aufwärts machen, kriegen wir das... Können wir das machen. Ja, ihr könnt echt... Ihr könnt bei, ähm... Glaub ich mal die Courts einfach auch... Warte, ich... Ich kauf das TNT schon mal. Warte, wie viel soll ich kaufen? Ich kauf vier, ja? Ich kauf mal drei. Wir können halt MP umwerfen. Ich weiß auch nicht wie viel. Tu jetzt so, als hätt ich das Zeug dabei. Dann leg's aber in die Chests und nimm's einfach beim nächsten Mal mit. Da haben die ja keinen TNT-Schutz. Da reichen zwei TNT schon aus. Jo. Ja, und dann... Wenn das nicht funktioniert, machen wir Mobile TNT. Weil wir kommen da irgendwie immer oben dran. Der eine No-Shift da, Jonas. Ja... Hab ihn. Toll. Nice. Ja, jetzt kommen die zu zweit unten. Regen bleibt da. Ja, warte. Die sind relativ sehr low. Welche Höhe sind das da unten? Die gerade Fläche? Unten? Pass auf, Junge. Ähm... 109... Junge! Ich schieb den dreimal! Ich schieb den dreimal! Zwei Block, zwei Block, vielleicht ist 109. Äh, was ist 160? Von ganz oben? Äh, so 160. 60. Äh, ist... Geht nicht, eins hoch und springen. Ich hab keinen Bock. Die könnte auch eigentlich, wenn es mit dem TNT nicht klappt, irgendeine Rettungslopter machen. Oh, hier. Das wär eigentlich überhaupt nicht. Oh, Hafe Kröp. Ich gehe, Swuga hat über Leppimotten... äh, 18 abhängen. Oder... 13. Ja, 18 abhängen. Der kann nicht lenken. Ne, ne. Achso? Ja, guck schon wieder. Der hat irgendwas gefunden. Gleich brauche ich noch einen Bauern. Ja, ich brauche einen Grupp, 60. Äh, hast einen Energist? Ja, ja. Ne? Tu noch nicht rein, tu noch nicht rein. Ist drin schon. Na gut, ich nehm gleich raus. Doch, nehm den raus und tu den anderen rein als Baseball. Falls wir brauchen. Ja, unten eine. Oh, ich nehm das TNT jetzt mit, ja? Hab ihn. Moritz. Dann machen wir zwei jetzt TNT. Da machen wir zwei jetzt TNT. Ja. Auf einer. Der hat es ihn auch gelackt. Hast du das gesehen? Ja. Ja. Ja, dieser einen nick so. Ja, der ist safe. Das ist nicht mehr legit. Könnte rein, die würde ich einen alten Free Client benutzen und den Fly davon benutzen und dann haben wir wieder hochgesetzt, weil der nicht funktioniert auf Kamer. Das geht ganz gut eigentlich. Ey, kann er jetzt schon Schafe machen? Aber dann krieg ich mal Pfeilschaden. Ja, mach schon mal Schafe. Mach schon mal Schafe. Jonas kriegt den gleich. Jonas ist unten? Ja, ja, der trifft die schon. Keine Sorge. Der hat die schon gesehen. Ich kann jetzt auch der Bogen machen, ne? Junge. Äh, EP. Alles gut. Jonas timet die Schafe. Ich hab vier TNT dabei. Also jetzt müssen wir eigentlich machen direkt. Ja, die können halt... Warte, lass uns einen One-Stick, Moritz. Lass uns einen One-Stick. Nein, nein. Jonas, geh mal auf den One-Stick. Dann kannst du um. Dann machen wir einen Wend drauf. Dann machen wir einen Wend drauf. Dann machen wir einen Wend stehen. Ich bin schon geil. Macht bei den Kotzen, die ich euch geschickt hab. Wolltest du nicht einer Base bringen? Ey, 0,55,5. Ey, nimm die Schafe aus der Endertest raus. Ich bleib Base. Jonas hat die. Ich hab keine. Ich hab Endertest gelegt jetzt. Die No-Shift hinten raus. Ja. Mach was jetzt unten. Soll ich jetzt bei 0,55,5 machen oder nicht? Soll ich dir Schafe geben eben? Wie viel kannst du machen? Hier. Ja, du kannst ja immer noch machen. Soll ich dir Schafe hochbringen? Ja komm, ich mach jetzt. Zack. Moritz, geh weg. Du keck. Jetzt kommt. Hier. Ihr müsst da zwischendurch springen. Das wird, äh, gefährlich. Dank. Jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, ist einer von Space? Ja, Jonas. Kein Gold in Endertest. Kein Gold in Endertest. Kein Gold in Endertest. Okay, dann haben die was geshoppt. Ja, die haben die PS-Zeit. Äh, wie viel Gold haben wir? Fünf. Ich hab... Ja, kauf dir alles, was du brauchst, Jona. Okay, nice. Ey, wer 60 dahinten muss das einer von. Ja, warte. Warte, dann geh ich jetzt unten einfach spliffen. Ja. Nimm Eisenpicker ruhig mit. Der hat was getrunken, oder? War das Moritz? Okay, nice. Ja, war halt gut, ne? Gute Cards und so. Dann halt schnell gemacht. Takt. Bett weg. Oh, neiner. Den kannst du... Ah, gut. Alter. Der ist so unnatched, Alter. Ich schwöre es dir. Der hat dich halt richtig anal genommen. Ja. Der eine TP's sich immer. Lass es mal im Replay später anschauen. Ja. Der eine TP's sich immer. Einer kommt unten. Ja, das ist doch die Kippte. Ja, das ist doch die Kippte. Ja, das ist doch die Kippte. Geh ganz nach hinten und steck dich. Geh ganz nach hinten und steck dich, Oma. Achtung. Achtung. Der kommt, der kommt, der kommt. Ja, tschüss. Warte. Oh mein Gott. Also von mir war das Funktion. Oh nein! Er schafft blockieren, irgendwie. Was denn Spaß? Ey, du kannst ja auch noch Stärke kaufen, Jona, ne? Soll ich? Ja, mach lieber mehr. Ja, kauf einfach. Die kippen sich gerade. Die haben... Äh, tu mir immer einen Warp oder in die Ender Chess. Ja, mach ich. Äh, time doch mal Schafe unten auf den Weg. Jo, warte, ich nehm die Schafe aus der Ender Chess mit. Ja, ich hab noch viel. Achso. Tu die rein. Hier. Oh. Warten hier, time mal die Schafe unten auf den Weg. Nein, 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 warte. Moritz, ich nehm Cowboys mit der Mordy ein. Achso, ja, auch gut. Ich doppel die Ebene oben bist. Und was ist das denn für ein Alleinunterhalter? Ja. Werden gleich unten zu dritt gehen und da einer mit der P hier schmeißen. Ja. Okay. Ah, der geht vor. Glaub nicht, dass du ne, hier hat der vorne. Hier, machst du Stärke? Hm, ja. Hä? Was labert der? Hä? Unten zwei, unten zwei. Unten zwei. Der eine wird werfen, oder? Der eine Rennungsverform. Der eine Rennungsverform. Der hintere wird, okay, gut. Ja, der wirft. Trink, der wirft. Trink. Ja, ich hab. Oh mein Gott. Ja, easy. Keine Chance. Nice, Jonah. Die denken auf, sie sind krass, oder? Äh, willst du noch nen Schafe haben, oder? Ja. Äh, ja. Ähm, die haben 1300, die, die haben gerne 100. Ja, ja, wir kriegen also ordentlich Elo gedroppt. Ja. Ja. Ich geh drauf. Der Port. Ja. Das ist jung. Der schießt ihn ab, Jonas. Okay. Er hat gerade noch raus, aus der Base heute noch, genau gestiftet. Unten wieder. Ja, jetzt ist es noch. Junge. Eieieiei. Der ist runtergefallen. Nein, runtergesprungen, der Idiot. Ja, das schafft, das schafft. Oh. Der letzte? Nein. Er ist gelieft. Okay. Okay. Okay.